Liebe Kinder, Kängurus, Koalas, Igel, Füchse, Giraffen, Zebras, Tiger, Panda, nun können wir uns ja leider nicht treffen, das passt im Moment, geht im Moment leider nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde euch jetzt mit verschiedenen Liedern versorgen und ihr könnt dann einfach meinen Kanal immer anklicken und da gibt es regelmäßig jetzt ein Programm für euch. Und zwar fangen wir mal zunächst mit Liedern an, zum Mitsingen. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig noch einen Vorschlag für euch. Geht dann mal zu YouTube und guckt euch mal an, ob ihr Piccolo und Sachs findet. Manche von euch kennen das schon. Das ist eine ganz nette Geschichte über Instrumente, über die Orchesterinstrumente. Und wenn ihr das gehört habt, dann werde ich als nächstes euch was anderes vorschlagen, aber das verrate ich im Moment noch nicht. Wir haben uns ja die ganze Zeit schon mit Instrumenten beschäftigt, also wir haben selbst gespielt, wir hatten also Instrumente rausgehört, da waren zum Beispiel die Bongos, die Kongas, die Sodo, Schlagzeugteile und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht alles aufzählen, aber ihr könnt ja versuchen, euch nochmal zu erinnern, was wir so gemacht haben. Bei Piccolo und Sachs geht es jetzt allerdings um Orchesterinstrumente. Und da bin ich gespannt. Ihr werdet mir schreiben können, ihr kriegt dann meine Mail-Adressen. Dann könnt ihr mir auch Fragen stellen oder euch auch Wünsche äußern und so weiter. Aber das werden wir so im Laufe der Zeit miteinander zusammen entwickeln. Also jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß und ich fange jetzt gleich mit dem nächsten Video mit einem ersten Song an. Also bis denne! Bis zum nächsten Mal.